Maha Karmukhasana ist die große Karmukha-Stellung. Garote in seinem Buch Enzyklopädie of Traditional Asana sagt, dass diese Stellung zwar in Hatha-Yoga-Texten erwähnt ist, aber nicht beschrieben wird. Letztendlich ist Maha Karmukhasana eine von zwei Variationen von Karmukhasana. Und Annika zeigt letztlich die Grundstellung von Karmukhasana und dann kannst du überlegen, was davon nochmals intensiver und großartiger gemacht werden kann. Also für Karmukhasana nimm den Lotus-Sitz ein, einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Und dann kreuze die Arme vor dem Brustkorb und fasse die rechte große Zehe mit der rechten Hand und die linke große Zehe mit der linken Hand. Denn die Füße sind überkreuzt, damit sind auch die Arme überkreuzt. Halte dabei den Brustkorb relativ gut nach vorne gewölbt und ziehe auch die Schultern nach hinten und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Atme dabei tief ein und aus und so bist du in Karmukhasana, letztlich ähnlich wie Baddha-Karmukhasana, Variation von Karmukhasana.